hallo und herzlich willkommen zurück hier bei call of duty modern warfare 2 wir wollen hier unsere waffen etwas hoch bringen dazu nutzen wir hier einigungs kraft in gang 9 dass man auf reise neuen oder wie das immer heißen mag ist eine relativ kleine map da kriegt man mit dem mps eigentlich ziemlich gut kürzen weswegen wir auch gerade dabei sind die mp5 hochzuleveln wir haben schon auf stufe 31 bis 57 geht sie wir haben hier noch ein paar tokens waffen ep oder waffen ep oder oder waffen ep das ist doch immerhin auch etwas besser wie gar nichts theoretisch müsste mit die pistolen auch noch leveln aber naja ja also es ist richtig ausgesprochen wird so 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 ach da oben so Alter, Junge, kriegst du überhaupt noch was mit? Alter, ey, du spawnst nur und hast weggeballert. Ach komm. wir haben charlie verloren wir sind bei alpha skippte es doch nicht ey wieso was der tmp 7 selber springt alter wann stimmt der denn mal We are out there! Ich habe es Bravo! Es ist ein Schocken! Nein! Ihr werdet bei Bravo gebraucht! Ach, come on! Das geht! Ja, lol, da ist noch einer von oben! Dass ich ihn nicht totgekriegt habe, ey! Ich habe es Bravo verloren! Noch ein bisschen bei Charlie! Immer weiter auf Sie! Wir schaffen es! Wir haben Charlie verloren! Wir sind bei Charlie! Geht unterstützt! Wir sind bei Charlie! Geht unterstützt! Ein Weg gebraucht! Alle Punkte gehört! Sieht! Ab! Und bei Bravo! Immer nur zu Kills! Das bringt ein bisschen EP! Ausgleich erwöhnlich! Jetzt wissen Sie, wer wir sind! Jaaa! Das war der letzte Abschuss! Ernsthaft? Jaaa! Mr. Fischbrot! Oh, 3 Level, ne? 3 Level in so 7 Minuten? Alter! Meiste, meiste, meiste! Mr. Fischbrot! Schon wieder! Jaaa! Eigentlich müsste ich mal den Optionen gerade nachgucken! Ich muss mal gucken, wo ich Chat drauf gemacht habe, weil ich habe bisher noch keine Ahnung! Jaaa! 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 Oh leil! Man! oh man dass man nie weit genug weg ist ja genommen der scheiß mp7 ich stand ihm drinnen und abgeschossen was denn da los meine fresse nicht Die Sonne habe ich hier, ich bin nicht chillt, ey. Hä, den habe ich denn geblendet? Niemanden oder was? Es gibt es doch nicht, wie viel halten die denn aus? Soll ich echt auf das andere Schuss machen? Die Bravo wird gesichert. 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 Oh lord. Ich frage mich, warum man auf dieser Map mit Child Empfang macht. Ich verstehe es halt nicht. Heute sollte ich es auch mal machen. Aber meistens sehe ich die Gegner eher eh von vorne. Lauf mit integrierten Schalt Empfang. Okay, come on. Okay, come on. Ich glaube immer noch, dass Shipments sogar am besten ist. Und die Gegner auf schnellere Kills. Aber das ist halt gerade der beste Ersatz, würde ich mal sagen. Die Abflug besteht. Garnate! 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 Oh shit! Garnate! 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 Diesmal ein paar mehr Kills als letzte Runde. Garnate! 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 Derekt vor einem gespawnt ist natürlich ärgerlich. Garnate! 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 Versteht jetzt. Er hat es geschafft. Kämpft weiter. Er hat es geschafft. Von beiden Waffen wenig Munition. Das war nicht schlecht. Oh. Ah. Shit. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Kids. 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 Oh. Beide nicht geholt. Ärgerlich. Ah. Wie im Lehrbuch. Sehr gut. Jawohl. Flinderer. Wäre vielleicht auch nicht fast verkehrt, ne? Wo ich das mit dem Lehngenerieren auch ganz gut finde. Aber das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Minute. Bis dann. Wir sehen uns in der nächsten Minute. Bis dann. Bis dann.